Die Bombe im Gehirn Die Spätfolgen von Kindesmisshandlung Die Biologie der Gewalt Teil 3 von 5 Englisches Original von Stefan Molyneux www.freedomainradio.com Bevor wir einsteigen, zunächst noch eine Vorinformation. Ich, Stefan Molyneux, bin kein Experte für dieses Wissensgebiet. Ich habe einfach nur Informationen zusammengestellt, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. Das Gehirn Hier kommt ein Überblick über die verschiedenen Regionen im Gehirn, die in diesem Vortrag immer wieder auftauchen. Das soll zur besseren Orientierung dienen. Da ist einmal die Amygdala. Sie spielt die Hauptrolle in der Verarbeitung und der Erinnerung von emotionalen Reaktionen. Zum Beispiel wie solche primitiven und sehr mächtigen Notfallreaktionen, wie es Kampf, Flucht und Erstarren sind. Dann kommt der Hippocampus. Er ist zuständig für räumliche Orientierung und für das Langzeitgedächtnis. Er wird beschädigt, wenn Menschen Kindheitstraumatisierungen erleiden. Sie haben dann Leerstellen in ihrem Lebenslauf. Dann haben wir das Corpus callosum, auch Balken genannt. Das ist diese etwas rundliche Formation. Er ermöglicht die Kommunikation zwischen den beiden Großhirnhälften. Und schließlich kommen wir zum präfrontalen Kortex. Er wird auch das moralische Zentrum genannt. Er ist zuständig für die Planung von komplexen kognitiven Vorgängen, Ausdruck der Persönlichkeit, Fällen von Entscheidungen und Überwachung sozial korrekten Verhaltens, wie zum Beispiel Belohnungsaufschub. Die Biologie der Gewalt Was ist es, das uns gewalttätig macht? Wenn wir das Problem der Gewalt lösen wollen, vom Unterdrucksetzen auf dem Schulhof bis zu Krieg in der Welt, müssen wir verstehen, warum Menschen überhaupt gewalttätig werden. Im Laufe der letzten paar Jahrzehnte sind erstaunliche neue Untersuchungsergebnisse bekannt geworden über die Psychologie und Neurobiologie der Gewalt. In den ersten vier Lebensjahren formen sich 90% des kindlichen Gehirns durch die Erfahrungen, die das Kind macht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben über 100 gründlich durchgeführte Studien gezeigt, dass Gewalttätigkeit das Ergebnis einer gestörten Beziehung zwischen Eltern und Kind ist, die zu einem unsicheren oder desorganisierten Bindungsmuster beim Kind geführt hat. Kindheit und Gehirnentwicklung Die Psyche und welcher emotionale Inhalt im Gehirn gespeichert wird, wird in den ersten Lebensjahren durch die Bindung zwischen Kleinkind und Mutter festgelegt. Das wird erst festgelegt. Wir werden nicht gewalttätig oder kriegerisch geboren. Die Psyche und ihr emotionaler Inhalt werden erst geformt. Die rechte Gehirnhälfte der Mutter erarbeitet mit der des Kindes zusammen, um emotionale Zustände des Kindes zu regulieren und Stress zu bewältigen. Rumänische Waisenkinder, die man nach der Geburt in Gitterbettchen legte, die man regelmäßig fütterte, aber nicht anlächelte oder denen man nichts vorsang, starben meistens. Bilder ihrer Gehirne zeigten schwarze Löcher anstelle von gesunden, rechten Gehirnhälften. Rhesusaffen, die nach der Geburt dem Blick ihrer Mutter entzogen wurden, wurden zu ängstlichen Tieren, die andere Affen gewalttätig angriffen. Unsicher gebundene Kinder zeigen neunmal häufiger aggressives Verhalten als ihre sicher gebundenen Altersgenossen. Mütterliches Fehlverhalten Das Gehirn des Babys wird durch das Gehirn der Bezugspersonen so eingestellt, dass es die richtigen Neurotransmitter und Hormone produziert. Es gibt nun schon weltweit hunderte Experimente, die sogenannten Ainsworth-Studien emotionaler Vernachlässigung in der Kindheit, die zeigen, wie depressive oder ärgerliche Mütter regelmäßig unsicher gebundene Kinder produzieren, die als Erwachsene gewalttätig sind. Abneigung gegen Kinder In einer Untersuchung von 900 amerikanischen Müttern wurde als Lieblingsbeschäftigung häufiger in Gesellschaft sein, beten, essen, Fitnessübungen, Fernsehschauen und Kochen benannt als mich um meine Kinder kümmern. Noch wesentlicher sind die Studien, die zeigen, dass 80% der Mütter entweder erstens eine milde nachgeburtliche Verstimmung, zweitens eine postpartale Depression für bis zu mehrere Jahre oder drittens eine Wochenbett-Psychose erleiden. Das ist nicht wissenschaftlich, aber Anne Landers, eine Ratgeberspalte in einer amerikanischen Zeitung, fragte ihre Leser, wenn sie ihr Leben noch einmal leben müssten, würden sie Kinder bekommen? Von 10.000 Antworten waren 70% ein lautstarkes Nein. Misshandlung und Cortisol Cortisol ist ein Hormon, das durch seinen Einfluss auf den Stoffwechsel und das Immunsystem dem Körper hilft, sich auf die Bewältigung von Stress vorzubereiten. Mütter, die misshandeln, sind entweder depressiv oder ärgerlich und sowohl der Cortisol-Spiegel der Mutter als auch der des Kindes ist erhüllt. Studien haben gezeigt, dass viele Säuglinge und Kinder, die misshandelt worden sind, abnorme Kortisol-Ausschüttungen aufweisen. Das zeigt an, dass die Reaktion ihres Körpers auf Stress beeinträchtigt worden ist. Die Neurobiologie von Angst Schorr, Ledoux und andere Neurobiologen haben umfangreiche Belege dafür gefunden, dass es zwei neuronale Schaltkreise gibt, die an der Erzeugung und Regulation von Angst beteiligt sind. Die Amygdala erzeugt Angst und Erregung, der präfrontale Kortex reguliert sie. Die Rolle der Amygdala ist es, eine Gefahr zu erkennen, sie auf andere mögliche Gefahren zu verallgemeinern und sich das für die Zukunft zu merken. Also, wenn sie von einem Bär angegriffen werden, wird in die Amygdala eingeprägt, dass Bären gefährlich sind. Und sie wird die Kampf- oder Fluchtreaktion auslösen, wenn sie das nächste Mal irgendeinem Bären begegnen, damit sie nicht denken, oh, dieser Bär hat eine andere Farbe, dann wird er wohl nicht gefährlich sein. Das ist sehr hilfreich. Menschen, deren Gehirne elektrisch in der Region der Amygdala stimuliert wurden, berichteten, es fühle sich so an, als würden sie von einer Autorität getadelt werden. Die gefährlichsten Raubtiere, die es gibt, sind allerdings andere Menschen, nicht Tiere. Die Amygdala von unsicher gebundenen Kindern ist hyperaktiv und größer als die von sicher gebundenen Kindern. Außerdem sind ihre präfrontalen Cortices kleiner, sodass sie weniger fähig sind, ihre Ängste, ihre Wut und andere irrationale, emotionale Reaktionen zu kontrollieren, wenn sie später zwischenmenschliche Probleme haben. Damit ist Ausrasten, Ausagieren gemeint. Es gibt ein physisches Problem im Gehirn. Die Kampf- oder Fluchtreaktion ist stark, die emotionale Bremse ist schwach und man kann das in einem Gehirnscan auch sehen. Wenn Kinder die Angst, von ihren Müttern verlassen zu werden oder Misshandlungen erleben, setzen sie Cortisol frei, das ihren präfrontalen Cortex abschaltet und ihre Amygdala hyperaktiv macht. Das ist wichtig, weil man in einer gefährlichen Situation schnell reagieren muss und nicht lange nachdenken kann. Dadurch wird in ihrer Amygdala die Erinnerung an eine bedrohliche Mutter unauslöschlich eingebrannt. Geschädigtes Gehirn Gehirnscans enthüllen, dass ein beständiges Muster, das mit zerstörerischer Wut zur Verteidigung verbunden ist, in das unreife Gefühlsregulationssystem und in die Amygdala beim Erleben von Beziehungstraumata in der frühen Kindheit eingeprägt wird. Die rechte Amygdala ist bei Psychotikern, Depressiven, Angstgestörten und Mördern größer und stärker erregbar gemessen worden. Zusätzlich leiden alle diese gewaltbereiten Produkte von frühen Beziehungstraumata unter erhöhten Noradrenalinspiegeln, ein Neurotransmitter fürs Ausagieren und ein erniedrigter Serotonin spiegeln, ein beruhigendes Hormon. Das Kind nutzt den Output des mütterlichen Gefühls regulierenden rechten Kortex als eine Vorlage für die Prägung von Schaltkreisen im eigenen rechten Kortex. Wir erben von der Bindungsperson das Muster, nach dem sie mit ihren Gefühlen umgeht. Kontrollierte sie ihre Gefühle? Bricht sie darüber? Agiert sie sie gewalttätig aus? Dieses Muster wird uns eingeprägt. Später, wenn man erwachsenen Menschen ängstliche oder wütende Gesichter zeigt, mindert das sofort die Aktivität in ihrem rechten Kortex und aktiviert ihre rechte Amygdala. Genauso wie wenn rassistisch eingestellten weißen Menschen Gesichter von Afroamerikanern gezeigt werden. Also was hier passiert ist, dass durch den Angstreiz das moralische, emotionenkontrollierende Zentrum gedämpft wird und die Kampf- oder Fluchtreaktion aktiviert wird. Spiegelneuronen. Eine weitere wichtige Gehirnregion wird durch frühen Stress geschädigt. Die Insel Insula. Sie ist ein tief liegender Bereich der Großhirnrinde, der die meisten der Spiegelneuronen enthält, die Menschen dazu befähigen, Gefühle anderer Menschen nachzuempfinden. Die Empathiefähigkeit. Neuropsychiater haben misshandelte und vernachlässigte Kinder mit Hilfe von Gehirnscans untersucht und den zugefügten Schaden dokumentiert, der Einfluss auf ihr späteres Bedürfnis nach Gewalt nimmt. Bruce Perry hat eine große Zahl von Studien veröffentlicht, die eine abnormale Gehirnentwicklung als Folge von Vernachlässigung und Misshandlung von kleinen Kindern zeigt. Unter anderem bedeuten kleinere Gehirne, verringerte Aktivität in ihrem präfrontalen Kortex, das ist das moralische, emotionenregulierende Zentrum, Schäden am Hypocampus und Übererregung der Amygdala, was zu elektrischen Stürmen führt, ähnlich denen von Patienten mit Temporallappen-Epilepsie. Diese Krankheit zeigt sich in Anfällen, die Halluzinationen und Gewalttätigkeit hervorrufen. Der präfrontale Kortex Hier nun weitere Einzelheiten über die Hirnregion, die durch Kindheitstraumatisierungen geschwächt wird. Der mediale präfrontale Kortex, der Teil des Gehirns genau hinter den Augen, der als Sitz des moralischen Entscheidungsmoduls und des Selbstbewusstseins bezeichnet wurde, wird durch frühe Misshandlung so sehr geschädigt, dass alle Impulse der Kontrolle entgleiten, sowohl Gewaltimpulse als auch sexuelle Impulse. Wie wir vielleicht noch aus Teil 1 dieser Serie über die ACE-Studie wissen, standen belastende Kindheitserfahrungen im Zusammenhang mit Promiskuität. Wie Connor in seiner Studie Human Nature – Ethnic Violence and War beschreibt, die Misshandlung von Kindern führt zu Schäden des Frontallappens, was die Gewaltbereitschaft fördert. Epileptiker mit Krampfanfällen in der Amygdala haben aggressive Ausbrüche. Menschen mit einer kriminell-aggressiven Vorgeschichte haben mehr EEG-Abnormalitäten als andere Menschen. Eine reduzierte Serotoninaktivität des Gehirns senkt die Hemmschwelle für aggressive Reaktionen auf Frustration. Impulsiv-gewalttätige und antisoziale Individuen haben niedrige Serotonin-Spiegel. Zusätzlich bedeutet ein präfrontaler Kortex mit niedrigem Serotonin-Spiegel, dass die Person an Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidet und sie, bedingt durch den frühen strukturellen Hirnschaden, Fehler nicht erfassen und korrigieren kann, bevor sie als Reaktion auf die fantasierten Bedrohungen gewalttätig wird. Gewalt und Straftaten Bessel van der Kolk, der berühmteste Experte für dissoziierte Erlebenszustände, kommt zu folgendem Ergebnis. Menschen mit einer Kindheitsgeschichte mit Traumata, Misshandlungen und Vernachlässigung machen fast die gesamte Gruppe von Straftätern der USA aus, wobei die Kindheitsmisshandlungen dissoziative Zustände verursachen. Robert Firestone berichtet, dass alle seine suizidalen Patienten Stimmen ihrer Eltern hören, die ihnen sagen, sie sollen sich umbringen. Gewalt und Gefängnisse James Gilligan, ein Gefängnispsychiater, der Zeit seines Lebens mit gewalttätigen Kriminellen im Gefängnis gesprochen hat, verrät, dass sie alle als Kinder auf schreckliche Weise misshandelt wurden. Als Kinder wurde auf diese Männer geschossen, sie wurden mit der Axt angegriffen, verbrüht, geschlagen, gewürgt, gefoltert, mit Drogen betäubt, hungern gelassen, erstickt, angezündet, aus Fenstern geworfen, vergewaltigt und von ihren Müttern, die ihre Zuhälterinnen waren, prostituiert. Manche Leute denken, bewaffnete Räuber würden ihre Verbrechen begehen, um an Geld zu kommen, aber wenn man sich hinsetzt und mit den Leuten spricht, die wiederholt solche Straftaten begehen, hört man von ihnen, ich habe noch nie so viel Respekt in meinem Leben erfahren, wie in dem Moment, in dem ich das erste Mal eine Waffe auf jemanden richtete. Jungen und Mädchen Die einzig biologisch-neurologische Eigenschaft, die Jungen angeboren ist und die Einfluss auf ihre spätere Gewalttätigkeit hat, ist, dass sie einen kleineren Corpus callosum haben. Das ist der Teil des Gehirns, der die rechte und die linke Hemisphäre miteinander verbindet. Jungen, die misshandelt wurden, wiesen eine 25%ige Verkleinerung in Teilen des Corpus callosum auf, während das bei Mädchen nicht der Fall war. Wie sorgfältige Studien gezeigt haben, wachsen Jungen mit weniger starken Bindungen auf, da Mütter ihre Söhne weniger ansehen, da beide Elternteile ihre Söhne zwei- oder dreimal so oft schlagen wie ihre Töchter, da Jungen ein viel größeres Risiko haben, Opfer schwerer Gewalt zu werden und da Jungen stetig gesagt wird, sie sollen hart sein und kein Weichei, kein Schwächling, nicht weich oder eine Heulsuse. Misshandlung oder Vernachlässigung führen bei Jungen zu ebenso schädlichen Ergebnissen wie bei Mädchen, wobei Mädchen mehr dazu neigen, mit dissoziativen, internalisierenden Symptomen zu reagieren, Rückzug, Depressionen, Hilflosigkeit, Abhängigkeit, während Jungen mehr zum Ausagieren von Kampf- oder Fluchtreaktionen neigen, sie sind externalisierend, impulsiv, hyperaktiv. Die Folgen von Kindesmisshandlung Misshandelte und vernachlässigte Kinder haben schlecht integrierte Hirnhälften. Diese schlechte Integration der Hirnhälften und die Unterentwicklung des Orbito-frontalen Kortex ist die Grundlage für solche Symptome wie Schwierigkeiten mit der Regulierung von Emotionen, fehlendes Ursache-Wirkung-Denken, das könnte zum Beispiel heißen, wenn ich dieses Verbrechen begehe, werde ich ins Gefängnis kommen oder wird sich das Opfer so und so fühlen? Unfähigkeit, die Gefühle anderer richtig zu erkennen? Unfähigkeit des Kindes, seine eigenen Emotionen auszudrücken? Brüchiges Selbstkonzept und eine eigene Biografie mit Brüchen? Fehlendes Gewissen. Vielleicht hat sie jemand erzogen, der so war, dann ist es wichtig, das zu wissen. Kinder, die sexuell missbraucht wurden, entwickeln häufiger Angststörungen, zweimal höher als der Durchschnitt, eine schwere Depression, 3,4 mal höher, Alkoholmissbrauch, 2,5 mal höher, Drogenmissbrauch, 3,8 mal höher und antisoziales Verhalten, 4,3 mal höher. Sinn. Frühe zwischenmenschliche Erfahrungen haben eine tiefgreifende Wirkung auf das Gehirn, da die Gehirnschaltkreise, die für die soziale Wahrnehmung verantwortlich sind, dieselben sind wie die, die solche Funktionen einbinden wie Sinnstiftung, Körperregulation, Gefühlsregulation, Gedächtnisorganisation, zwischenmenschliche Kommunikation und Empathie. Also, depressive Menschen oder Menschen voller Wut, die nihilistisch sind und meinen, das Leben habe keinen Sinn, bei ihnen handelt es sich um eine Art Hirnschaden. Gedächtnis und Stress. Stressreiche Erfahrungen, die offensichtlich traumatisieren, oder weniger auffälliger, chronischer Stress, führen zu chronisch erhöhten neuroendokrinen Hormonspiegeln. Die hohen Hormonspiegel können zu permanenten Schäden am Hippocampus führen, der wichtig für das Gedächtnis ist. Wenn Sie schwarze Löcher in Ihrer Geschichte haben, dann ist es wichtig, danach zu schauen, ob um diese schwarzen Löcher herum im Gedächtnis Stress oder Misshandlung waren. Deswegen können wir annehmen, dass ein psychologisches Trauma die Fähigkeit des Menschen beeinträchtigt, Erinnerungen zu erzeugen und zu speichern, was die Auflösung von Traumata natürlich erschwert. Wenn man sich nicht erinnern kann, kann man nicht damit umgehen. Gefühle. Die Auswirkungen von frühen Misshandlungen auf die Entwicklung eines Kindes sind sehr tiefgreifend und lang anhaltend. Der Einfluss von Misshandlungen auf das sich entwickelnde Gehirn des Kindes führt zu Effekten, die sich in vielen Bereichen einschließlich der sozialen, psychologischen und kognitiven Entwicklung niederschlagen. Die Fähigkeit, Gefühle zu regulieren und sich auf eine andere Person emotional einzustimmen, hängt von frühen Erfahrungen und der Entwicklung bestimmter Gehirnregionen ab. Frühe Misshandlung führt aufgrund des toxischen Effekts von Stresshormonen auf das sich entwickelnde Gehirn zu Defiziten in der Entwicklung einiger Gehirnregionen. Besonders betroffen sind die Regionen des orbitofrontalen Cortex und des Corpus callosum. Zu viel Stress über eine zu lange Zeitspanne ist giftig für das sich entwickelnde Gehirn. Stress. Kurze Phasen von vorhersehbarem und moderatem Stress sind nicht problematisch. Tatsächlich bereiten sie das Kind auf den Umgang mit dem Alltag vor. Das körperliche Überleben hängt in der Tat von der Fähigkeit ab, eine angemessene Reaktion auf Stress aufzubauen . Im Gegensatz dazu ist sowohl anhaltender, starker oder nicht vorhersehbarer Stress, darunter fallen Misshandlung und Vernachlässigung, in den frühen Kindheitsjahren problematisch. Die Entwicklung des Gehirns kann durch diese Erfahrungen verändert werden, was negative Auswirkungen auf die körperliche, intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes hat. Dieses chronische Auslösen der Angstreaktion des Gehirns bedeutet, dass Gehirnregionen, die für diese Reaktionen gebraucht werden, beständig aktiviert werden. Wenn dies geschieht, können andere Gehirnregionen, wie solche, die am komplexen Denken beteiligt sind, nicht aktiviert werden. Sie stehen daher dem Kind zum Lernen nicht zur Verfügung. Was das bedeutet ist, dass wenn die Amygdala überstimuliert ist oder die Kampf- oder Fluchtreaktion aktiviert ist, wie das bei Misshandlung oder chronischem Stress der Fall ist, kann man nicht so gut lernen. Man ist angespannt, dissoziiert, gestresst. Deswegen treten auch in solchen Fällen häufig Lernstörungen auf, obwohl das Kind eigentlich eine hohe Intelligenz hat. Anhaltende Angstreaktion Chronischer Stress oder mehrfache Traumata können zu einer Anzahl biologischer Reaktionen führen. Davon sind neurochemische Systeme betroffen, was zu einer Kaskade von Veränderungen der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle, des Schlafs und der Feinmotorik führen kann. Die chronische Aktivierung von den Gehirnregionen, die für die Angstreaktionen gebraucht werden, wie die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-APA-Achse, kann andere Teile des Gehirns ermüden, wie den Hypocampus, der zum Denken und Erinnern gebraucht wird. Frühe traumatische Erfahrungen können ebenso die Entwicklung der subkortikalen und limbischen Systeme stören, was zu extremer Ängstlichkeit, zu Depressionen und zu Schwierigkeiten im Eingehen von Bindungen mit anderen Personen führen kann. Chronische Aktivierung von Nervenbahnen, die an der Angstreaktion beteiligt sind, kann permanente Erinnerungen formen, was die kindliche Wahrnehmung seiner Umwelt und seine Reaktionen darauf prägt. Allzu oft werden Kinder dafür getadelt, dass sie nicht aufmerksam sind, dass sie in einer anderen Welt sind, dass sie nervös sind. Dabei wird übersehen, dass es sich hier um einen Hirnschaden aufgrund von Stress und Misshandlung handelt. Übererregung Wenn ein Kind chronischem, dramatischem Stress ausgesetzt ist, formen sich in seinem Gehirn Autobahnen für die Angstreaktion, sodass diese fast automatisch wird. Es findet kein Nachdenken über den Stress mehr statt. Dieser Zustand wird Übererregung genannt. Das kindliche Gehirn hat sich an eine Welt angepasst, die unvorhersehbar und gefährlich ist. Es ist überwachsam und auf Hinweisreize konzentriert, die Gefahr anzeigen können. Die Gehirnregionen, die für die Übererregung gebraucht werden, sind immer an und deshalb kann das Kind häufig hyperaktiv, ängstlich und impulsiv sein und Schlafstörungen haben. Dissoziation Während Übererregung bei älteren Kindern und Jungen häufiger vorkommt, ist Dissoziation bei kleineren Kindern und Mädchen häufiger. Kinder, die sich oft unbeweglich und machtlos fühlen oder es sind. Der Weg zur Dissoziation beginnt mit dem Versuch, die Bezugspersonen zum Helfen zu bewegen. Wenn das nicht gelingt, erstarrt man, wird gefügig und dissoziiert schließlich. Dies wird oft die Aufgeben-Reaktion genannt. Kinder in einem dissoziativen Zustand werden als taub beschrieben. Sie reagierten nicht oder benähmen sich, als wären sie nicht da. Gestörte Bindung Ein Großteil der emotionalen Entwicklung eines Kindes wurzelt in seiner Beziehung zu seinen frühen Bezugspersonen. Es scheint zum Beispiel so zu sein, dass aggressives, folgsames und Frustrationsverhalten genetisch festgelegt sind. Wenn die Beziehungen zu den Bezugspersonen positiv sind, lernen die geistigen Strukturen des Kindes, diese Gefühle und Verhaltensweisen zu regulieren. Wenn die Beziehungen negativ oder schwach sind, werden die Reaktionen älterer Hirnregionen dominant und die geistigen, regulierenden Strukturen entwickeln nicht ihre vollen Möglichkeiten. Das kleine Kind entwickelt möglicherweise nicht vollständig die geistige Fähigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren und entwickelt auch kein Bewusstsein für die Emotionen anderer. Kinder, die misshandelt oder vernachlässigt wurden, haben oft kein Mitgefühl und verstehen wirklich nicht, was andere fühlen, wenn sie diesen Schmerz zufügen. Vernachlässigung und Empathie. Babys brauchen Babysprache von Angesicht zu Angesicht und zahllose Wiederholungen von Lauten, um die Gehirnschaltkreise auszubilden, die es ihnen ermöglichen, selber Laute zu produzieren und schließlich Wörter und Sätze zu bilden. Wenn Babys nicht beachtet werden, wenn ihre Bezugspersonen diese Art von intensiven, stimmlichen Interaktionen nicht anbieten, kann sich ihre Sprachentwicklung verzögern. Wenn das Kleinkind keine Freundlichkeit erfährt, wird es als Erwachsener vielleicht nicht wissen, wie man Freundlichkeit zeigt. Wenn die Schreie des Kindes nach Aufmerksamkeit ignoriert werden, kann es sein, dass es später nicht weiß, wie man konstruktiv mit anderen umgeht. Diese Fähigkeiten bilden sich möglicherweise nicht vollständig aus, da die benötigten Nervenbahnen nicht ausreichend aktiviert wurden, um die Erinnerungen, die für späteres Lernen in diesem Bereich notwendig sind, zu formen. Misshandlung und Lernen. Um zu lernen und um neue Informationen aufzunehmen, sei es eine Schulstunde oder eine neue soziale Erfahrung, muss das Gehirn des Kindes in einem Zustand der aufmerksamen Ruhe sein. Ein Zustand, den ein traumatisiertes Kind kaum erreicht. Es ist nicht selten, dass Lehrer, die mit traumatisierten Kindern arbeiten, beobachten, dass die Kinder wirklich schlau sind, aber trotzdem nicht leicht lernen. Es werden bei ihnen oft Lernbehinderungen diagnostiziert. Zusammenfassung. Die Auswirkungen von Misshandlung und Vernachlässigung auf das sich entwickelnde Gehirn während der ersten Kindheitsjahre können zu verschiedenen psychischen Problemen führen. Zum Beispiel. Ein verringertes Wachstum in der linken Hemisphäre kann das Risiko für Depressionen erhöhen. Eine leichte Erregbarkeit des limbischen Systems kann die Grundlage für das Entstehen einer Panikstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung sein. Ein geringeres Wachstum des Hippocampus und Abweichungen im limbischen System können das Risiko für dissoziative Störungen und Beeinträchtigungen des Gedächtnisses erhöhen. Man hat einen Zusammenhang gefunden zwischen einer Schädigung der Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften und Symptomen des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms, ADS oder ADHS. Die Folgen von Misshandlung Aus Scientific American, eine schwierige Kindheit verringert die Lebenserwartung von Erwachsenen um 20 Jahre. In den späten 1980er Jahren hat das Familienforschungslabor der University of New Hampshire eine große Studie mit über 3000 Müttern von drei- bis fünfjährigen Kindern durchgeführt. Sie fanden, dass 63 Prozent der Mütter ihre Kinder in der vergangenen Woche erzieherisch geschlagen hatten. Diejenigen Mütter, die ihre Kinder geschlagen hatten, schlugen ihre Kinder im Durchschnitt dreimal pro Woche. Die Forscher fanden, dass die Kinder, die im Alter von drei bis fünf Jahren am meisten geschlagen wurden, ein höheres Ausmaß von antisozialem Verhalten zeigten, als sie zwei und vier Jahre später untersucht wurden. Dazu gehörte, dass ihre Geschwister und andere Kinder in der Schule öfter schlugen, sich ihren Eltern öfter widersetzten und die elterlichen Regeln öfter ignorierten. Dr. Mary Strauss, der Co-Direktor des Labors, bemerkte, welche Ironie es ist, dass die Verhaltensweisen, die bestraft wurden, infolge des Schlagens schlimmer wurden. Körperstrafen und IQ Das Familienforschungslabor der University of New Hampshire veröffentlichte eine Studie, die zeigt, dass je öfter ein Kind geschlagen wird, es vier Jahre später im IQ-Test desto schlechter abschneidet. Die Forscher erklärten, dass schlechte Abschneiden nicht direkt mit körperlichen Verletzungen durch das Schlagen. Sie glauben eher, dass Eltern, die ihre Kinder nicht schlagen, gezwungen sind, mehr Argumente und Erklärungen für die Disziplinierung ihrer Kinder zu verwenden. Manche Eltern denken, dies sei eine Zeitverschwendung, aber die Forschung zeigt, dass solche verbalen Eltern-Kind-Interaktionen die intellektuellen Fähigkeiten des Kindes verbessern. 13% der untersuchten Eltern berichteten, dass sie ihre Kinder siebenmal oder öfter pro Woche schlagen. Der Durchschnitt lag bei 3,6 Mal Schlagen pro Woche. 27% gaben an, keine körperlichen Strafen anzuwenden. Da es sich um Selbstauskünfte handelt, ist der wirkliche Prozentsatz wahrscheinlich geringer. Die Kinder, die häufig geschlagen wurden, hatten im Durchschnitt einen IQ von 98 Punkten, ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Die Kinder, die selten oder nie geschlagen wurden, erreichten 102 Punkte, ein überdurchschnittliches Ergebnis. Die durchschnittlichen 4 Punkte Absenkung des IQ bei den geschlagenen Schülern sind ausreichend dafür, dass diese Kinder den Alltag weniger gut bewältigen. Und für die, die das fragen, ja, dieser Effekt wurde auf alle erdenklichen anderen Einflussgrößen hin statistisch kontrolliert. Schlagen und antisoziales Verhalten Selbst ein minimales Ausmaß von Schlägen kann zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von antisozialem Verhalten bei Kindern führen. Diese Studie liefert weitere, methodisch saubere Anhaltspunkte für die Idee, dass körperliche Strafe keine wirksame oder angebrachte Disziplinierungsstrategie ist. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ich habe keine Ahnung, warum Kinder überhaupt diszipliniert werden müssen. Ich bin ein Vater und meine, ich kann dazu etwas Wichtiges sagen, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Eine Studie aus dem Jahr 2006, die auf einer nationalen Umfrage zur psychischen Gesundheit basierte, fand, dass körperliche Strafen in der Kindheit mit einer erhöhten Rate von Depression und Alkoholmissbrauch oder Abhängigkeit im späteren Leben verbunden sind. In dieser Studie wurde körperliche Strafe als geringfügige Körperverletzung definiert, wie zum Beispiel Ohrfeigen, auf den Hintern schlagen, schubsen oder stoßen. Jemand, der mehr als vier schwerwiegende belastende Kindheitserfahrungen erlebt hatte, hat eine um 460 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit depressiv zu werden als eine Person, die keine solche Erfahrungen gemacht hat. Aus einer Studie von 2002, die Meta-Analyse zeigt außerdem, dass die Häufigkeit und der schwere Grad von körperlichen Strafen von Bedeutung ist. Je öfter und je härter ein Kind geschlagen wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass es aggressiv wird oder psychische Probleme hat. Aus einer anderen Studie von 2002, für Jungen, die ein bestimmtes Gen aufwiesen, galt, 85 Prozent der Jungen, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden, zeigten als Erwachsene, kriminelle oder antisoziale Verhaltensweisen. Körperliche Strafen und strafende politische Ansichten Wir haben herausgefunden, dass besonders Männer, die nie eine Psychotherapie hatten, aber von einem hohen Ausmaß an Strafen in ihrer Kindheit berichteten, bedeutend öfter dazu neigten, eine Reihe von strafenden politischen Maßnahmen zu befürworten, wie z.B. für die Todesstrafe zu sein oder den Einsatz von Militärgewalt, sowie Abtreibungswehr zu sein. Was wir ganz grob festgestellt haben, ist, dass das größere Ausmaß an Unterstützung für strafende Maßnahmen unter politisch-konservativen sehr eng verbunden ist mit der Erfahrung harter Strafen in der Kindheit. Es wird wohl nicht nur daran liegen, dass sie geschlagen wurden. Es gibt da ein ganzes Familienklima. Und die Strafen werden nur ein Indikator dafür sein. In unserer Forschung haben wir außerdem herausgefunden, dass, wenn wir den Leuten die folgende Aussage vorlegten, das Ausmaß an körperlichen und sexuellen Misshandlungen in diesem Land wird durch die Massenmedien stark übertrieben, die Konservativen deutlich häufiger dieser Aussage zustimmten. Meiner Ansicht nach liegt das an den Hippocampusschäden durch Kindesmisshandlungen. Sie können sich einfach nicht erinnern. Misshandlungen und Krebs Auch nach Berücksichtigung von Alter, Rasse, Geschlecht, Stressfaktoren aus der Kindheit, Gesundheitsverhalten und Einkommen als Erwachsener haben Menschen, die in der Kindheit körperlich misshandelt worden waren, eine um 47 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken als Menschen, die nicht misshandelt worden waren. Eine Theorie lautet, dass chronischer Stress, unter dem ein misshandeltes Kind ständig steht, zu einem erhöhten Spiegel des Kampf- oder Fluchthormons Cortisol führt. Die erhöhten Hormonspiegel stören möglicherweise die Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu entdecken und zu bekämpfen. Kindesmisshandlung und Depression Kindesmisshandlung und Vernachlässigung bedeuteten ein um 51 Prozent höheres Risiko, eine schwere Depression im jungen Erwachsenenalter zu bekommen. Gemeint ist hier die Major Depression. Kinder, die körperlich misshandelt worden waren, hatten um ein 59 Prozent höheres Risiko, in ihrem Leben eine schwere Depression zu bekommen. Wieder die Major Depression ist gemeint. Diejenigen Kinder, die mehrere verschiedene Arten von Misshandlungen erlebt hatten, hatten ein um 75 Prozent höheres Risiko, in ihrem Leben eine schwere Depression zu bekommen. Das Risiko dafür, aktuell eine schwere Depression zu haben, war um 59 Prozent höher bei denjenigen, die vernachlässigt worden waren. Wege zur Heilung Nur, um Sie nochmal daran zu erinnern, ich bin bloß jemand, der Podcasts produziert. Erkundigen Sie sich selbst. Treffen Sie keine Entscheidungen auf der Basis von etwas, das ich sage. Sprechen Sie mit einer Fachperson. Es gibt zwei Dinge, die wichtig zu sein scheinen, und die zwei, die bei mir geholfen haben. Ich habe einen Wert von 8 im Fragebogen zu belastenden Kindheitserfahrungen, was fürchterlich hoch ist. Und für diese gibt es einige Belege aus der Forschung, dass sie tatsächlich helfen, sind Psychotherapie und Sporttreiben. Wirkungen von Psychotherapie auf das Gehirn Eine unipolare schwere Depression ist eine stark einschränkende Krankheit mit einer Lebenszeitprävalenz von 17 Prozent. Das heißt, dass 17 Prozent der aktuellen Bevölkerung bereits eine solche Erkrankung hatten oder noch haben. Jüngere epidemiologische Befunde weisen darauf hin, dass die schwere Depression den viertgrößten Beitrag zur Krankheitslast der Bevölkerung darstellt und der wichtigste Grund für den Verlust gesunder Lebensjahre ist. Effekte von Psychotherapie Wirksame Psychotherapie kann Gehirnfunktionen in bestimmten Gehirnregionen dauerhaft verändern, zum Beispiel geistige Kontrolle, Nachdenken über sich selbst, belohnungsorientiertes Entscheiden und äußeren Ereignissen emotionale Bedeutsamkeit zuweisen. Rückfälle treten bei 76,2 Prozent derjenigen auf, die medikamentös behandelt wurden, während es bei denen die Psychotherapie erhielten nur 30,8 Prozent waren. Nach einem zwölfwöchigen Kurs in aktivierender Verhaltenstherapie wurde der linke Nucleus cardatus stärker erregbar. Er ist Teil des Belohnungssystems des Gehirns. Bei der Vorstellung angenehmer Situationen reagierte er deutlich stärker als vor dem Kurs, was man mit FMRT, einem bildgebenden Hirnscan-Verfahren, nachweisen konnte. Die Vorteile des Sporttreibens Bei Kindern, Studenten und jungen Erwachsenen verbessert sportliche oder körperliche Aktivität das Lernen und die Intelligenztestergebnisse. Darüber hinaus steigert Sport in der Kindheit die Widerstandsfähigkeit des Gehirns im späteren Leben, wodurch eine geistige Reserve vorhanden ist. Die Abnahme der Gedächtnisleistung sowie die Verkümmerung des Kortex und des Hippocampus bei alternden Menschen kann durch Bewegung abgeschwächt werden. Körperliche Aktivität verbessert das Gedächtnis und die geistigen Fähigkeiten. Bewegung schützt vor Gehirnschäden, die durch Schlaganfälle entstehen. Bewegung fördert die Heilung nach Gehirnverletzungen. Bewegung kann ein Antidepressivum sein. Wie verbessert Sport das Gehirn? Durch Sporttreiben wird die Zahl von Neuronen im Hippocampus gesteigert, eine Gehirnregion, die für Gedächtnis und Lernen wichtig ist. Auch die synaptische Plastizität in einem bestimmten Teil des Hippocampus wird durch die Bewegung gesteigert, nämlich im Gyrus Dentatus. Die Dichte der Synapsen wird in bestimmten Teilen des Hippocampus erhöht. Sporttreiben vermehrt und verbessert die kleinen Blutgefäße überall im Gehirn. Sporttreiben kann die Funktionen von Neurotransmittern verändern und das Monoaminsystem aktivieren. Kognitive Verhaltenstherapie In der Kognitiven Verhaltenstherapie, KVT, werden Grundüberzeugungen untersucht. Das sind die Gedanken, die kurz vor den Gefühlszuständen gedacht werden. Es handelt sich um Interpretationen des Geschehens, die die emotionalen Reaktionen dann hervorrufen. Wie effektiv ist kognitive Verhaltenstherapie, KVT? Es wird hier von Panikstörungen mit Agoraphobie gesprochen, die wird abgekürzt PSA. Und Agoraphobie meint Platzangst, das ist die Angst, über große Plätze zu laufen. Eine Zusammenfassung von etwa 150 Forschungsstudien zeigte, dass es durch KVT 87% der Menschen mit PSA besser ging und nur 10% rückfällig wurden. Im Vergleich dazu ging es bei einer Gabe von Antidepressiva 60% besser und 35% rückfälle. Und bei einer Behandlung mit angstlösenden Medikamenten ging es 60% besser und 90% rückfälle. Das macht natürlich Sinn, weil wenn ich anstatt der Ursache nur die Symptome behandle, wird die Ursache die Symptome wieder erzeugen, wenn ich aufhöre, die Symptome mit Medikamenten zu behandeln. Und Psychotherapie geht offensichtlich an die Wurzeln der Probleme. Mit KVT bei Patienten mit Panikstörung ohne Platzangst ging es 90% der Patienten besser und 5% hatten Rückfälle. Teil 4 dieser Serie wird demnächst übersetzt. Vielen Dank, dass Sie sich diesen Vortrag angesehen haben. Die Quellenangaben sind unter www.fdrurl.com-tn-abuse1 zu finden. Der Autor ist Stefan Molyneux von freedomainradio.com www.fdr.com 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 Untertitelung des ZDF, 2020